Heute zeige ich euch eine Möglichkeit, wie man Dateien bis zu 2 GB im Internet verfügbar machen kann. Dazu haben wir hier die Seite www.workupload.com. Hier kann ich eine Datei nehmen, kann sie hier reinziehen, kann natürlich auch hier auf Datei wählen klicken und dann über den Browser aufmachen. Dann klicke ich hier auf jetzt teilen und dann habe ich hier diesen Download-Link für diese Datei. Der ist jetzt ziemlich lang, da gäbe es noch eine Möglichkeit, wie man das komfortabler gestalten kann und zwar mit der Seite t1p.de. Also ich nehme diesen Link hier, den kopiere ich, dann gehe ich hier auf diese Seite, füge diesen langen Link ein und dann klicke ich auf Link kürzen und dann habe ich den gekürzten Link. Probieren wir es gleich mal aus, Link kopieren, neue Seite auf, Link einfügen und dann komme ich wieder auf www.workupload.com und hier kann ich dann diese Datei herunterladen. Okay.